Hallo. Ja, wie war denn das hier anruft? Ganz gut. Steckt das eigentlich mehr oder minder ganz gut weg alles. Die Anklagen sind verlesen worden. 100 Mordfälle werden dem angeklagten Hügel zur Last gelegt. Er ist ja schon in sechs Fällen zu lebenslänglich verurteilt worden. Die Zahl seiner Morde in Oldenburg und Delmenhorst kann sich Hügel oft mal nicht genau erinnern. Und ich sehe, Sie haben noch eine Kleinigkeit dabei? Ja. Knast und Verbrechen, das war alles so weit für mich weg. Ja, Moin, Moin. Moin. Ja, Frau Hügel. Ihr Sohn kommt gleich. Dann bricht eine Welt zusammen. Der Druck ist ja da. Das ist ja eine Versorgung. Moment. Also nichts abschwächen. Also das ist nicht so. Aber du bist abschwächen. Nee. Sie ist, ich finde, dünnhäutiger geworden. Ja, das ist dann doch anstrengender, was man eigentlich glaubt. Ja. Ja. Wie ist er dahin gekommen? Was hat ihn bewogen? Hat er vielleicht zu wenig Aufmerksamkeit bekommen von zu Hause oder zu viel? Man wünscht sich ja immer wieder, könnte das doch nochmal so sein. Aber es ist vorbei. Ja? Ja. Ja? Ja. Ja, nochmal definiert. Gut. Liebe Grüße, Mama und Papa. Ja. 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 Du bist ja.